Hallo und Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fall Guys! Und wir suchen gerade eine Lobby! Und wir spielen Hindernisrennen! Wir versuchen das wieder! Mal gucken, ob wir jetzt weiterkommen als nur bis zur zweiten Runde. Ich muss mich, wie gesagt, erstmal warm spielen. Das ist eines noch der ersten Male, in denen ich das spiele. Und ich möchte besser werden. Das Spiel hat echt Zuchtpotenzial, muss man ganz ehrlich sagen. Okay, ganz viele Ananasse, ganz viele Wölfe, ein paar Dinosaurier. Ich möchte den Dino auch haben, der ist irgendwie süß. Okay. Warum ist er jetzt umgefallen? Ich quetsche mich einfach mal da durch. Sehr gut! Lass dich einfach nicht von diesen Bällen weh! Okay, oh Gott! Aua! Nein! Nein, 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 nein,! Aua! Okay, easy. Gerade noch so! Ich dachte jetzt gerade ... Okay, ich glaube, der hat sein Leben aufgegeben. Und? Bye! Yay, okay. Zwei, eins, let's go! Okay, probieren wir es jetzt nochmal, dass wir auch jetzt gesprungen bekommen. Wow! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, 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 okay! Komm, steh auf! Nein, nein, nein! Aua! Aua! Okay! Okay, so kann man den Weg natürlich auch gehen! WTF! Au! Ich wollte den Kopf so angeschlagen, so bumm! Natürlich! Einfach ab durch die Mitte! Oh, bye! Ab durch die Mitte! Okay, nicht ganz! Und er springt schon wieder nicht! Kacke! Okay, jetzt aber! Nein! Nicht schon wieder in der zweiten Grunde? Come on! Ich will auch ins Ziel! Wiese! Er springt einfach nicht! Ich schaffe es! 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 Oh mein Gott! Ich habe es geschafft! Okay, all right! Runde beendet! oh mein gott face first hier neue trophäe verdient ach du kacke das gibt richtig adrenalin im fall okay konzentration das vorher lief das eigentlich ganz gut bis sie so dumm in so ein loch gefallen sind also vorher in der letzten folge regie können wir das bitte rausschneiden das ist nie passiert ich will dem dinosaurie zugucken da bull the monster heißt er der ist ganz gemütlich ach wie dumm wo kann man denn so doof ausscheiden mann hindernis rennen okay das kann ich langsam da bin ich langsam geübt und let's go man sollte vielleicht nicht springen aua hört auf mich wegzudrücken was soll das denn na komm einfach ab durch die mitte gerade noch so durch die wand durchgequetscht na kacke nichts passiert einfach wieder oh nein lauf 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 okay ganz knapp ganz knapp vom ausscheiden wir sind noch drin noch drin noch drin es darf doch nicht wahr sein not again please don't okay diese mal concentration nur mit der ruhe wir haben alle zeit der welt über die runde vorher reden wir einfach gar nicht Oh Gott, das sind so viele Leute... Boost! Boost! Genau, Boost! Boost! Na ja, fast. Na zurück! Jetzt bin ich mal gut durchgekommen. Ich kanns langsam. Oder auch nicht. Hey! Einfach ab durch die Mitte! Au. Okay, bye! Ich will das jetzt aber schaffen, Mann. Okay. Okay. Oh, nein, 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 nein. Nein. Au. Ich könnte einfach auch ein Fail-Video draus machen. Gefühlt sind das alles nur Fails, die ich habe. Okay, wow. Okay, sehr gut. Oh, je. Okay, bye. Aber diese Stelle ist ja auch nervig. Aber ich glaube, bei denen... Manchmal will die Springtaste einfach nicht. Noch drei Leute können nach oben. Okay, bye. Beste 50. Wow. Beste 50 Prozent meine ich. Mufisch. 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 Alright. Hol dir mit Ende den Schweif und sorge dafür, dass dein Team bei Ablauf der Zeit mehr Schweife als die anderen hat. Okay. 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 Okay, 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 okay. Ich glaube, das ist ein totaler Fehler, wenn man jetzt schon einen Schweif hat. Nein, 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 nein. Lass mich einfach in Ruhe. Ich habe einen, ich will den nicht mehr abgeben. Ich habe einen, ich will den nicht mehr abgeben, eigentlich. Ah. Ah. Nein, 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 nein. Oh. Okay. Er hat einen, er hat einen, er hat einen. Ah. Okay. Das ist mir viel zu hektisch. Okay. Was macht der? Hi. Au. Und ich bin wieder in der Hekterei. In der Hekterei? Das ist kein Wort. Ist mir auch gerade aufgefallen. I'm sorry. Aua. Aua. Okay, das ist mit mir recht. Ah, nein, nein, nein. Meine, 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 meine. Verpiss dich, verpiss dich. Ah. Aua. Au, au, ah. Ich will einfach meine nicht loswerden. Au, nein, 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 nein. Ich gehe mit der Hekterei rein. Okay? Aua, ha. Hallo. Aua. Wieso ist dieses Scheißspiel so hektisch? Mein Schweif, das ist meiner. Das ist, nein, 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 nein. Ich hatte so lange den Scheissschweif und nachher wird er mich klaut. Okay. Scheiße, man ist jetzt hektisch. Ausweichend sollte ich eigentlich hinbekommen. Theoretisch. Okay, sehr gut. Let's go! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Aua, au, 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 au! Melone? Aua, aua! Ich komme irgendwie nicht vorwärts. Warum ist die... Au! Au, wow. Au, erbeere ins Gesicht. Lasst mich... Wieso komme ich nicht vorwärts? Au! Au! Oh, nur so ein Riesenholzbalken ins Gesicht geflogen. Ich habe es geschafft! Oh mein Gott! Okay, 19 sind im Game. Das ist gar meine beste Runde bis jetzt. Das sollte ich hinbekommen. Ich glaube, das bin ich in der Mitte. Ja. Oh Gott. Au! Gaaaat! Okay, Konzentration jetzt. Aua! Oh Gott, das sind mir viel zu viele Leute hier. Immer noch. Ich habe noch eine Trophäe erhalten. Fall Bay. Aua. Könnt ihr mich mal bitte einfach in Ruhe lassen? Oh mein Gott, das ist einfach schneeweiß. Au. Konzentriert euch lieber. Nicht, dass ihr noch runterfallt. Das wäre eine Tragödie. Und hopp. Und hopp. Aua. Hopp. Au. Einfach vollen Dinosaurier in sich bekommen. Au. Oh mein Gott. Okay, Konzentration jetzt. Oh mein Gott. Okay. Okay. Nein, 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 nein. Hallo. Spring. Okay, I'm sorry, dass ich jetzt so still war, aber ich hatte mich jetzt gerade so hart konzentriert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Andere auch. Wir sind nur ein paar rausgefallen jetzt. Zehenspitzen. Okay. Und finde verborgene Pfade, um die Ziellinie zu erreichen. All right. Gut, dann tun wir dies doch. Oh mein Gott. Ah! Nein! Ich war zu voreilig vorhin, naja, aber das war schon mal eine bessere Runde als auch schon. Nicht so tragisch, wir können uns jetzt mal das Ende Jahr mal angucken. Wir können uns einfach mal die Spiele angucken. Hol dir mit R2 den Schweif und sorge dafür, dass du ihn trägst, wenn die Zeit abläuft. Oh Gott, zum Glück bin ich noch nicht mehr drin, ey. Was gibt es denn so für Kandidaten noch? Ich wäre ja für ihn hier oder für den Dinosaurier, den da. Oh Gott, das ist mir viel zu hektisch. Hier ist ja total das Action. Das Action, der Action. Die Action, oh mein Gott. Meine Hirn macht nicht mehr mit. Gibt es denn nur einen Schweif? Ist das das Final Game? Uh, smart. Das ist nicht so ganz, aber das hat auch geholfen. Ui. Der ist pro in diesem Game. Jetzt hat die Ananas ihn. Jetzt hat ihn der Dinosaurier wieder. Run, Dino, run. Oh, smart. Ich kann mich von dem ein paar Ticks abschauen. Irgendein Dinosaurier hat ihn wieder. Äh, ja. Noch sechs Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und er hat gewonnen. Woo. Er wird ja auch pro sein. So, Guys. Wir sind vielleicht gerade mal ein bisschen Level höher. Nur Levelgründe habe ich nicht geschafft. Aber wir sind schon besser als auch schon. Bis dem Levelaufstieg. Das rüsten wir einfach mal aus. Jetzt haben wir so ein... Süß. Die Musik geht auch voll ab, Mann. So, aber dann würde ich mal so einfach behaupten, das war es mit dieser Folge Fall Guys. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über den Daumen nach oben freuen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Ah, und dann werdet ihr das Video hergucken. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge Fall Guys oder bei einem anderen Projekt Video. Und ja, bye! Bye!